als erstes speichern weil jetzt wird gespeichert so trappung vita nämlich und zwar gerne voll gerne ich kann endlich mal hin noch neun bosse nur noch neun bosse hast du geschlafen weiß wie viel besiegt habe so bist du denn mit den neuen bossen ach da bist du ich habe den danach auch schon besiegt den wolfram ator den gar gantor habe ich auch schon besiegt also rein logisch betrachten müssen ist nur noch vier oder fünf seien höchstens höchstens ich habe gespeichert etwa item zählt muss man zählt ich habe zählt so alle aufgeladen wo die reihenfolge ich kann nicht so viel wenn ich sie anders sehe anders finde also wie gesagt ich habe ich habe hier den davor habe ich schon besiegt ja also diesen wolfram ator schon besiegt kokotos leider noch nicht gargantua habe ich schon besiegt ja das war's halt nicht mag man eventuell noch mal jemand ich habe jetzt auch ich bin zwar auf der seite aber ich weiß nicht ob es auf der seite direkt ist mal googeln die wie das rätsel mit der orgel ist da muss ich nämlich irgendwie so schnell irgendwie so so ein ton angeben so ist ich finde es voll geil dass ich hier drinnen geld verdienen was mir nichts bringt nein ja voll gerne da finden sie doch einfach in der richtigen reihenfolge was das problem die richtig reihenfolge ist ein problem ich weiß ja nicht was ich hier auch falsch ist ich habe eine idee ich habe eine idee du musst mehr beliebt ja genau so truppe du bist er du bist alles klar du bist er du bist er du bist sie das ist richtig das ist richtig ich habe mich verloren koppeln mit zelt sie müsste jetzt die am liebte haben jeden prozent hat sie nicht hat sie nicht warum hat es nicht wer hat die am liebte das war ich habe die vertauscht okay austausch ihr so gut jetzt darf ich auch wieder zum anfang diesen freut mich ich glaube das aber gar nicht so weit weg so und zwar ich gehe jetzt hier runter ich brauche nämlich glaube ich wieder teammitglieder auswechseln hier ich brauche die stadt sie die brauche ich wieder im anderen team das team wechseln so damit ich halt weniger wir und über den kronleuchter gehen kann so dafür muss ich jetzt erst mal wieder die sachen austauschen das ist so herrlich mit den austauschen aber ich finde es halt geil gemacht wie sie die die zwei teams hier involviert haben so zauber mach mal wie agra so gespeichert ist wenn ich jetzt richtig gedacht habe müsste ich hier rüber kommen können ich komme doch sonst da oben nicht hin oder bilde ich mir das ein oder ist das ding wirklich dafür gedacht dass es runterknallt oder ich muss ein team rein aus frauen machen ich muss euch wünsche einen schönen abend und ganz viel spaß erfolg danke dir und viel spaß bei der arbeit also so gut es geht und wir sehen uns dann morgen ab wahrscheinlich wieder sag ich mal so das team wechseln teammitglieder auswechseln kann ich jetzt ihnen rausnehmen für sie und ihre das muss ich noch mal ganz kurz testen so jetzt habe ich ihn rein ist frauen team rino behält ins darf sie welt auch ihren staff und er tauscht ihr so aufladen bringt er jetzt gerade nichts ich teste jetzt mal aus ob das funktioniert wenn das funktioniert der ist ja so geil frau und ich mach mich sagen danke bis demnächst funktioniert nicht egal was für eine konstellation das heißt es geht hier zurück und das team noch mal wechseln herrlich so hallo wieder team wechseln und teammitglieder auswechseln so den kommt jetzt bleibt allerdings so hier und so dann kommt noch der tausch von sie mit ihr er mit ihr so und sie mit ist das jetzt richtig nein falsch er behält minute diese beste freunde geworden sie welt das und er welt aber hier hat er ja auch nicht gehabt zum schluss oder doch alles klar bitte so sein so wenn heißt es jetzt erstmal zauber kann ich jetzt christus jetzt einsetzen natürlich nicht benutzen so als nächstes heißt es die schleuse zu erforschen so zack 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 ich hätte natürlich die ganze zeit auch noch trainieren können bloß was meint ihr wie lange oder wie unangenehm das geworden wäre wenn hier noch die gegner gewesen wären wir hätten wahrscheinlich wir werden nicht mal beim dritten gewesen also jemand hat nicht zufälligerweise wie gesagt dieses rätsel jetzt dieses da hinten diese orgel herausgefunden ich frage den freund warte was macht meltern eigentlich das nicht mal wissen das muss ja irgendwie stehen hier ist jetzt ganz seit meldung gesammelt was macht das fügt schaden wehrlos zustand zu alles klar alles klar alles klar so mal gucken jetzt gehe ich zur schleuse das ist anscheinend nicht die schleuse alles klar so müssen wir hin wo müssen wir hin so einmal hilf gehen ich brauche dieses riesen von dieser bekloppten orgel zack warte folgendes und zwar ich gebe ihr erst mal eine neue ability da wollen wir sind koppeln rinoa damit du nicht mehr so ganz useless bist hier girlfriend geht raus für zauber und teilen geht warte heilen die fit war und das für item so jetzt haben wir es kann mit johls anfangen war hier schon dann ja safe ja ich kriege gerade geld ohne ende so einmal runter gehen wo muss ich denn die schleusenschlüssel aktivieren hier auf jeden fall nicht ich hätte ich nicht muss ich jetzt hin ich habe kurz auf die melodie ob die was bringt drückt alle tasten leistig auf der orgel und geht nun wieder in den bildschirm wo man den brummen sieht von hier aus geht ihr nun nicht geradeaus durch die kapelle sondern den weg ganz rechts entlang dort steht ein gitter das nun heruntergefahren sein wird wenn all das nur gleich bestätigt habt wenn ihr bereits mit dem schleusenschlüssel das wasser abgelassen habt könnt ihr den neuen weg bis zum ende gehen wo ihr eine rosetta stein finden wird gfr das hilft mir sogar extrem allerdings wo lasse ich das wasser ab tatsächlich ich komm da durch aber ich komm da durch aber war nervig ich weiß ich muss ja nur wissen wo man die wo man diese ding ins krieg noch ablassen kann das ging auch nice vielleicht ist ja etwas gutes drin weißer schon wie kann ich okay das ding ist offen alles klar hat mir mega geholfen gerade jetzt suche ich den ort wo ich den schleusenschlüssel aktivieren kann jetzt muss ich überlegen zurück wäre ja rein schwachsinnig sondern hier wohl eher glaube ich ne darauf um wieder anzaubert nämlich so kann ich diesen schleusenschlüssel aktivieren da 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 das ist oder muss ich jetzt den ganzen weg zur artemisia gehen um da das zu deaktivieren jetzt kann auch nicht sein das ist ja mega dumm oder 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 ich muss in den keller rein weil ich glaube ich habe ein mechanismus gefunden der eventuell nur mit dem schleusenschlüssel funktioniert wie komme ich noch mal in den keller rein ja alles klar macht total sind bin gespannt ob da was ob ich endlich finde ob ob jetzt hier ist endlich finde ich habe ja von einer leiter gesehen oder die jene kommen die hoch schade nämlich konnte ich hier vor nicht irgendwo an hallo ich habe auch ein kurzer gedeckt wo war ich denn vorhin ich habe den besiegt bin ich wirklich wieder hochgegangen geradeaus brauche ich nicht das ist ja schwarz mal überlegen so ich muss in den keller moin freunde ach so ja ich bin auch dumm ne hier oben tschüss freunde aber das gleiche ist auch zum beispiel wo er sollte ich wissen dass man alle knöpfe auf der augen gleichzeitig drücken muss was für ein random spieler musst du sein um alle knöpfe gleichzeitig zu drücken das verstehe ich jetzt zum beispiel auch nicht aber ich will mich nicht beklagen so in der möglichkeit habe ich gelogen jetzt als nächstes kommt nicht verkommen als nächstes nach final fantasy 8 kommt nicht gothic sondern final fantasy 9 das sind die leuchtige leute glaube ich so abfangen so einmal runter hier hier die mechanis muss man nicht ha easy kein problem für den king jetzt hab ich ja zurücklaufen ich will ja alles zurückgehen gibt es hier oben rechts vielleicht auch im weg näher aber bilder jetzt muss ich den ganzen weg zurücklaufen kann ich auch nicht anquatschen ok so dann sind wir jetzt beim schleusen schlüssel beim beim letzten beziehungsweise vorletzten typen den wir besiegen könnten weil ich nicht den langen weg darunter gehen möchte geh ich hier lang ja ja zack geh lauf stehe auf zähl ist eilig so aber mich hat zum beispiel gewundert dass ich dachte eigentlich werde ich die oh mein bildschirm glück gleich wieder aus zack wenn ich die orgel aktiviere dass eventuell das ficht kommt was so in diesem orgelraum vorhanden ist aber so moin moin muss ich nochmal in den keller rein weil er erst den schlüssel aktiviert und du dann ziehen kannst ach leute was soll das denn mach doch in einem abwasch wozu muss ich denn nochmal x drücken nachdem ich die die textbox geklickt habe wie reudig ist das denn verstehe einer die menschen oh und die tür da ist so ich könnte heulen ich könnte so heulen ne so einmal zurück gehen ist doch kein problem du nicht für mich du 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 so weiter geht's hey hier war ich ja lang schon nicht mehr ich bin ja bin ich das bin ich aber sowas von da kann ich hier untergehen ich kann nicht mal untergehen wie unrealistisch so ich möchte das nicht so kann ich das betätigen kann ich das jetzt alles klar ich gehe noch mal die waffenkammer da war nicht von was grünes das erinnert mich an sind weil genau so einer wurde ich nicht da war was dort und entdeckte nichts gefunden ich wollte ihn betätigen aber okay so kann ich nicht jetzt einfach diese tüche nehmen und sofort ankommen wer hat's gewusst die griechen wer genau so ja immer weiter voraus ich habe ich habe ich fix so oft ich stufe runter in der vergangenheit wo ich eigentlich nicht mal mehr einen reinen besitze wo ich nicht mal geboren bin stufe ich runter und kriege geld von meiner gilde die nicht existent ist folgen dieses runter stufen das ist verstehe ich nicht die wissen doch alle dass ich jetzt auf der jahre texte bin die wissen dass alle das ist das ist ja wohl kein oftes buch mehr für die seeds das überhaupt noch geld bekommen bei einer organisation die eigentlich luft gesprengt wurde praktisch ich bin aber überlegen ob ich jetzt erst noch mal speichern aber ich brauche ziemlich zuversichtlich dass ich den gegner besiegen könnte ich hasse ich das ist drinnen schatzkammer schuss ich geh da nachher ich geh da nachher vielleicht ist es so hallo brem bin ich muss ich groß hat da steigen gefunden und jetzt wo ist der hier sein hier sind hier sind hier sind die teufelsreif hast du lief der hexe gibt eine gewisse die abiliti mal vier keine ahnung ich mache das einfach auf rinoa welche gehört war rino hat er zum beispiel hier bei abilitis sieht man hier hatte zwei ich mache es einfach auf rinoa aber was für dinge hat sie und zwar ich gebe es kevin kevin guck mal kaum bist du neu hier schon kriegst du es belohnt hier kevin kann ich jetzt wirklich vier dinge ausrüsten ja mann hp bonus oder magie plus 40 oder hp plus 40 prozent nochmal weißt du was beschützen kann ich drinnen bleiben eigentlich an den schützen drinnen bleiben wird dann noch hp bonus sein weil eigentlich müssen sie jetzt geschützt werden nein was mache ich denn jetzt hier ich will zauber einsetzen ja klar auf rinoa so ew was ist hier hier ist nichts also gehst dann runter ok erstmal ich bin gespannt aber wo ist denn die schatzkammer aber wo ist denn die schatzkammer aber wo ist denn die schatzkammer das ist die waffenkammer also ich würde halt die schatzkammer in den keller packen wäre für mich sinnvoller ich muss mindestens so ein so ein viech treffen kann es noch nicht zählen hallo brudi geht es hier auch rechts lang natürlich nicht warum soll es da auch rechts lang gehen macht er null sinn wir machen